Du schaust mich an und sagst, wusstest du, dass deine Großeltern meine Großeltern töten? Es fühlt sich, als ob du ein Baseballbad hast und es in meinem Gesicht geschlagen hast. Es ist mein erstes Erkennen mit einer jüdischen Person. Am 21. Ich dachte so, mein Opa hat damit gar nichts mehr zu tun. Und dann war auf dieser Medaille so ein Hakenkreuz. Und ich dachte so, oh nein. Und dann hatte ich plötzlich ein ganz anderes Bild von dem Thema. Ich habe halt gedacht, dass Hitler eigentlich gar nichts Böses wollte. Warum Blond und Blaue? Ich weiß nicht. Ich schaue mich, dass die Deutschen heute zu lange zurückkehren. Ich weiß nicht, dass du siehst. Ich bin der Schaust. Mein Typ ist die Zeitung mit dem Gitarren. Ich bin der Schausten. Untertitelung des ZDF, 2020